Und damit herzlich willkommen hier zurück zur Demo von Resident Evil 7 The Beginning Hour. Ähm, ja, ich bin jetzt hier zurück, habe mir die Videokassette schon angeschaut. Ich habe den Finger bereits mit der Hand kombiniert. Ich habe versucht, dieses Fingerrätsel auch irgendwo zu lösen mit dem Notizbuch und so. Das ist mir noch nicht gelungen. Ich glaube, ich mache da irgendwas falsch. Werd die Demo deshalb auch öfters nochmal spielen müssen, vermutlich. Ähm, weil ich mit der Demo nicht ganz so, also weil ich mit dem Finger, ich komme mit dem Fingerrätsel, ich weiß da noch keine Lösung. Also werde ich die Demo sicherlich nochmal spielen müssen ein paar Mal. Aber, ähm, ich werde jetzt natürlich versuchen, ein besseres Ende herauszuspielen. Eins, wo wir uns nicht infizieren, sondern wirklich, da ist übrigens auch der Hillbilly, das wusste ich ja, dass der jetzt kommt. Jetzt habe ich ihn mal in voller Bracht gesehen. Die Tür ist zugefallen. So, und jetzt gilt es für mich wieder, erstmal hole ich mir die Axt. Okay, der ist hier gerade durch, der Hillbilly. Erstmal hole ich mir die Axt. Zweitens könnte ich theoretisch auch jetzt durch die Hintertür, das weiß ich ja, ich könnte also, oh, Alter, davor schrecke ich mich jedes Mal. Ähm, ich könnte jetzt theoretisch aus der Hintertür. So, möchte ich aber nicht machen, weil ich natürlich erst die Waffe holen möchte, um, ähm, mir eventuell dieses andere Ende freizuspielen. Nächstens müssen wir natürlich auch die Kisten hier kaputt machen, weil in einer Kiste haben wir ja noch vier Schuss für die Pistole gefunden, die wir uns natürlich auch wiederholen wollen. Ah, Moment, die Kisten hier noch kaputt machen. Oh, oh, die Puppe ist die einzige, die man kaputt machen kann, tatsächlich. Okay, die hier auch. Dann mache ich die mal kaputt. Die sind nämlich nicht so schick. Ich vermute mal, das hier sind Kisten. Diesmal kriegen wir sogar nur drei Schuss, das heißt, das ist sogar... Ah, und hier ist jetzt auch der Kellerschlüssel, den habe ich beim letzten Mal gar nicht aufgehoben, seht ihr. Habe ich glatt wieder was vergessen. So, und hier an dieser Tür steht, fünf Gäste wurden ermordet, aber wo ist nicht bekannt. Nicht zeigt auf ihre letzte Ruhestätte. Und hier ist eine Tür, die ist noch zu. Frage ist jetzt, ist diese Ruhestätte hinter der Tür oder ist mit der letzten Ruhestätte tatsächlich der Keller gemeint, wo die ganzen Leichen sind? Und ich denke, das könnte eventuell auch noch mit dem Handrezelt zu tun haben, dass wir eventuell erst das machen müssen und dann vielleicht die Sache mit Grace oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin mir da ganz unschlüssig. Deshalb gehe ich jetzt natürlich erstmal wieder in den Keller. Probiere die Sache mit der Hand aus. Und, ja, ich bin am überlegen. Vielleicht, also ich weiß nicht so ganz, was ich machen soll, beziehungsweise wie ich diese Reihenfolge hier unten auch machen soll. Es ist extrem schwer, sich von diesem Vieh nicht treffen zu lassen. Das ist halt die andere Sache. Zweitens, sobald wir das Ventil nehmen, werden wir von dem Vieh natürlich auch angegriffen. Und meine Frage ist jetzt, ist das hier die letzte Ruhestätte mit den fünf gemeint? Ich probiere jetzt etwas aus. Und zwar probiere ich... ...aus, ob ich hier irgendwas mitmachen kann. Hallo? Muss ich vielleicht noch näher rangehen oder die Perspektive etwas ändern oder so? Ne, tatsächlich geht das nicht. Vielleicht auch, weil es nicht in der richtigen Reihenfolge mehr ist oder so. Aber tatsächlich geht das gerade nicht. So, ich hole mir jetzt erst dort hinten hier den Schlüssel. Ich hole mir erst den Schlüssel. Versuche dann... Ah, ich wurde getroffen. Okay, versuche dann dem Vieh auszuweichen. Hier raus, da kommt ja der Hillbilly-Meister. Das wissen wir ja schon. So, hier. Ich dreh dich einmal. Dann durch hier. Kann ich gleich wieder dreh... Oh! Okay. Ich glaube, ich lasse das Vieh... Oh! Es greift mich an. Okay, raus. Raus, 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 raus. Renn. Renn, 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 renn. Die Munition auf der Treppe hier habe ich mir gar nicht geschnappt. Fällt mir gerade auf. Und ich habe jetzt natürlich hier auch wieder das Blut überall. Das ist natürlich nicht so schön. Ähm. Problem ist natürlich auch, ich habe mir jetzt natürlich... ...die Waffe gar nicht geholt gehabt. Ja, mit der Munition, die hole ich ja jetzt erst. Frage ist natürlich da auch wieder, was ist besser? Holt man sich zuerst die Waffe und versucht, das Vieh dann zu töten? Holt sich dann den Schlüssel oder so? Ich weiß es halt, wie gesagt... Ah, Quatsch. Was würde ich denn jetzt machen? Ich weiß es halt, wie gesagt, auch echt überhaupt so gar nicht. So, ich benutze mal das Ventilrad. Das drehen wir dann mal wieder. So. Hätten wir das. Und dann können wir uns natürlich die Waffe jetzt nehmen. Ich habe jetzt allerdings den Schlüssel schon. Das heißt, ich muss ja theoretisch jetzt nicht nochmal runter. Heißt, wir haben eine Waffe wieder mit elf Schuss. Zwölf sogar. Und können aber jetzt theoretisch... Ah nein, auch hier sind wir jetzt infiziert. Das heißt, wir kriegen so oder so das infizierte Ende, wenn uns dieser Typ trifft. Das heißt, sobald wir von diesem Typ getroffen werden, also von diesem Monster, werden wir tatsächlich infiziert. Egal, wie die ganze Sache ausgeht. Wir sind dann infiziert. Das heißt, wir dürfen uns nicht treffen lassen. Ah, das ist ja bockschwer. So, ich versuche jetzt mal hier raus zu gehen. Tatsächlich. Wir haben ja hier noch den Hintertürschlüssel. So, dann können wir jetzt ja theoretisch auch... Ah, und dann kriegen wir das Ende. Okay, das heißt, da haben wir jetzt ein anderes Ende. Und jetzt sehen wir hier auch nochmal, wie das weiterging. Ach, du Scheiße. Guck hinter dir. Alter. Ist das die Frau des... Alles klar. Ich schätze mal, das ist die Frau. Das ist diese ganze Familie, die lungert hier im Haus rum, oder? Die, die wir am Anfang im ersten Part... Schlechtes Ende. Willkommen der Familie. Boah, wie viele Enden gibt es denn hier? Okay, ich habe euch schon zwei gezeigt. Einmal das infizierte. Und einmal das schlechte Ende. Willkommen der Familie. Das heißt, es gibt sicherlich auch noch ein gutes Ende. Frage ist, ob man das gute Ende bekommt, wenn man nicht infiziert ist. Das stellt sich jetzt natürlich mir die Frage, ja? Ich weiß es halt, wie gesagt, echt nicht. Die andere Sache ist auch, was ist, wenn wir überhaupt gar nicht in den Keller gehen, sondern einfach nach der Videokassette rausgehen und quasi das Haus verlassen, ohne überhaupt in den Keller geguckt zu haben? Gibt es dann das gleiche, schlechte Ende, oder gibt es dann ein gutes Ende? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Also da könnte man so vieles, so viele Enden projizieren. Also das ist schon, ist schon krass. Das ist jetzt die Frage. Also ich habe euch jetzt zwei Enden gezeigt. Ich versuche euch alle Enden zu zeigen. Ich vermute ganz stark, dieses Vieh unten im Keller, ich weiß auch nicht, wie es heißt, ich weiß nicht, wie es genannt wird oder Sonstiges, ist auf jeden Fall kein Zombie. Merkt man. Es ist quasi von einer Pflanze, sieht aus, als ob es von einer Pflanze, wie diese Viecher in Obscure damals, die quasi durch eine Blüte oder durch eine Pflanze so pflanzlich wurden. Das sieht so ein bisschen pflanzlich aus oder so ein bisschen wie bei Spider-Man, dieser Venom, dieses Alien-Dingens-Zeug da, was Venom halt, von Venom halt Besitz ergreift. So sieht das aus, so ein bisschen. Und das sind eventuell die Gegner in Resident Evil und natürlich die Hillbilly-Familie, könnte ich mir jetzt vorstellen. Also quasi der Mann, die Frau, die wir jetzt gerade in dem Video noch gesehen haben. Boah, ich bin gespannt. Ich bin wirklich mega gespannt. Und ich werde die Demo jetzt nochmal spielen. Frage ist auch, was passiert denn, wenn ich den Kamin erst öffne? Nachdem ich die Videokassette gefunden habe und das gesehen habe, kriege ich dann nochmal ein anderes Ende, weil ich habe jetzt auch wieder in diesem Durchlauf, habe ich auch die Videokassette wieder erst angeschaut, nachdem ich den Kamin bereits geöffnet hatte und mir die Sicherung rausgenommen hatte. Was passiert denn, wenn ich es andersrum mache? Boah, so viele Fragen. Aber ich glaube, das muss ich herausfinden, indem ich spiele. Und das werde ich natürlich auch tun. Ich werde wie ein Verrückter jetzt die Beginning-Hour-Demo hier spielen und versuchen für euch alles Mögliche herauszufinden, wie es noch weitergeht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ihr habt jetzt das schlechte Ende gesehen. Willkommen in der Familie. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze ja noch weitergehen wird, Leute. Ich bin wirklich mega gespannt. Ja, ich würde aber sagen, das war es erstmal wieder für diese Folge. Wieder eine kürzere Folge, 10 Minuten nur. Okay, wenn ich mich jetzt verabschiedet habe, 11 und ein bisschen war es. Aber trotzdem, ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch auch wieder gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch in den nächsten Videos mit dabei. Und würde sagen, ich verabschiede mich hier an dieser Stelle von euch und wünsche euch natürlich noch einen wundervollen Abend, einen wundervollen Tag, je nachdem, wann ich das Video raushaue, wann ihr das Video seht, zu welcher Tageszeit. Und ja, wie immer, lasst gerne eine Bewertung da. Lasst mir ein Feedback da, damit ich weiß, wie und ob euch das Spiel gefällt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Und vielen Dank erstmal fürs Zusehen. Macht's gut.